Musik Willkommen in der Aleph Akademie Hallo, hallo, hallo Hallo, hallo, hallo Hallo, hallo, hallo Alles gut, alles fehlen wir wieder Der Christus in dir ist ganz still Wirklich? Was heißt das überhaupt? Ganz still Wir sind in Kapitel 24 Wir lesen ja gerade das Textbuch durch in der Aleph Akademie für die, die nicht dabei sind Und wir sind in Kapitel 24 Das Ziel der Besonderheit Und in Abschnitt 5 sind wir jetzt gelandet Der Christus in dir Ja, und der erste Satz lautet Der Christus in dir ist ganz still Und da wir ja schon heute gehört haben und schon ganz viele Male davor gehört haben, dass es keine Zeit braucht und dass es sehr schnell geht Also keine Zeit ist ziemlich schnell Können wir direkt in ihm Wir können nicht in ihm landen, wir sind das ja Das ist ja der Geist, mit dem ich wirklich denke Das ist mein Geist Ganz reiner, heiliger, geeinter Geist Und er ist ganz still Er schaut auf das, was er liebt und er erkennt es als sich selbst Und so frohlockt er über das, was er sieht, weil er erkennt, dass es eins mit ihm und mit seinem Vater ist Auch die Besonderheit erfreut sich an dem, was sie erblickt, wenn es auch nicht wahr ist Doch das, wonach du suchst, ist eine Quelle der Freude, wie du sie dir vorstellst Das, was du wünschst, ist für dich wahr Und es ist auch nicht möglich, dass du etwas wünschen und es dann an Glauben fehlen lassen könntest, dass es so sei Das Wünschen macht so sicher wirklich, wie der Wille es schafft Die Macht eines Wunsches hält Illusionen ebenso stark aufrecht, wie die Liebe sich selbst ausdehnt Nur täuscht das eine und das andere heilt Also der Christus in mir, der Christus in dir Wenn wir, wenn wir den erinnern, ist es das, was uns heilt Das ist nicht der Wunsch der Besonderheit, den Christus wieder zu finden Und sich daran zu erinnern Aber alles, was ich als besonders empfinde, das gebe ich dem Heiligen Geist Und jetzt hab du die Führung, Heiliger Geist Und jetzt nutze das Und deiner Anweisung will ich folgen Gewiss, dass du mich zum Frieden führst Und ja, und wie sicher wird das Ziel da drin, ne? Wie gewiss ist Heilung Wenn ich wirklich den Heiler bei mir habe Und ich habe es heute so mitbekommen, dass das mal kurz Thema war Darf ich denn jetzt nichts mehr wünschen? Aber mal so zu bemerken in dieser Stille Ja, wie da einfach wirklich alles gestillt wird, ne? Mal für einen Moment Und so einfach dazu zu vertrauen Zu merken, ah ja, das stillt mich wirklich, das hilft mir wirklich Und dann brauche ich das, was ich da gefunden, was ich hier gefunden habe in der Stille Und nehme das mit Das geht jetzt mit mir Und das, was ich hier sehe Und das, was ich hier sehe, das habe ich mir ja schon gewünscht Sonst würde ich es nicht sehen Sonst hätte ich es gar nicht wirklich machen können für mich Und das ist das gleiche Ich-Denksystem in dir Das hier ist mein Wunsch Und für mich sieht es gerade so aus, als wenn hier ein Raum voller Menschen ist Die sich mit mir an Christus erinnern wollen Das finde ich irgendwie gut Danke Und diesen glücklichen Traum Diese glückliche Wahrnehmung Die brauchen wir Alles wird Wird einfach liebevoll zusammengetragen Nichts wird ausgeschlossen Es wird wirklich nichts ausgeschlossen in der Liebe Aber nicht so, wie ich dachte, was das bedeutet Dass ich irgendwas integrieren muss Dass ich irgendjemanden berühren muss Oder auch nicht Er führt alles Hab du die Führung Wir sind auf Seite 511 im Textbuch Also die Das Lernen liegt nicht in dem, was ich schon kenne Das Lernen liegt nicht darin, wo ich sozusagen meine erhofften Freiheiten ausleben darf Oder kann oder muss oder sollte Sondern das Lernen liegt da, dass ich erkenne, ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen meine Erlösung Da liegt das Lernen Da liegt das Lernen Und Wir sind Meister da drin Wir sind offensichtlich Meister da drin Und etwas Und etwas felsenfest überzeugt zu sein, was nicht real ist Körper, Welt, Wahrnehmung, Bewusstsein Also liegt das Lernen nicht, kommt das Lernen nicht aus diesen Ebenen Oder aus diesen Aus dieser Fehlidentifikation Ich bin Meister da drin, mich davon abzulenken, was sein Wille ist Ich glaube, das ist nur laut, aber er hält trotzdem, oder? Ist das so? Stuhl hält Stuhl hält Erhebe deinen Blick nicht, denn sonst wird dein Stuhl zusammenbrechen Ich sagte das Ja, und da zu sehen, das ist ja das Sanftwerden mit uns in einem Lernprozess, den wir nicht wirklich wollen. Jesus sagt, keiner hier will irgendwas wirklich total. Sobald du irgendwas total willst, bist du hier raus. Egal, was es ist. Weil total wollen Schöpfung bedeutet. Also, die stabilsten Wünsche oder die stabilsten Selbstbilder halten 10 Minuten. Die stabilsten. Wo steht das denn? Im Übungsbuch. 10 Minuten? Naja, 6 pro Stunde, 10 Minuten. Ach so. Das heißt, in der Regel ändere ich schneller meine Wünsche. Und will ich da nach Antwort suchen, was so fragil ist? Also, will ich, oder ich wollte eigentlich anders lang gehen. wenn mein getrennt denkender Geist, wenn mein zersplittert denkender Geist nichts total will, sondern Jesus ein dickes Bruch braucht, um mich überhaupt zu einer kleinen Bereitwilligkeit zu bringen, dann sind wir hier mit einem Lernplan unterwegs, mit einem, mit einer Zielvorgabe und einer Zielausrichtung, die an allem vorbei geht, was ein Mensch kennt. Oder was im Bewusstsein enthalten ist. Wenn es mich zur Erkenntnis führen soll, hat es mit Bewusstheit und Bewusstsein nichts mehr zu tun. Das heißt nicht, dass das nicht verwendet wird, sondern natürlich wird es verwendet. Meine Identifikation als Ich wird verwendet. Mein Verständnis der Welt, mein Denken in Konkretem, mein Denken in Symbolen, mein konzeptuelles Denken wird alles verwendet. um mir eine Bereitwilligkeit zu entlocken, die sich für etwas von jenseits von Raum und Zeit entscheidet. Eine Antwort in diesem gegenwärtigen Moment. Und Jesus und der Plan des Heiligen Geistes oder der Plan Gottes muss also eine Aufgabe, eine Lernaufgabe in mir vollbringen, in dir vollbringen, von einem getrennt denkenden Geist, der darauf aus ist, diesen Plan nicht zu erlernen. Und alle guten Ausreden hat, das auch nicht zu tun. und an dieser Stelle erinnere ich mich gerne an die Lektion, nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Also er wird funktionieren. Egal, wie verdreht ich denke oder wie wie sehr ich auch das spirituelle Erwachen den Weg nach Hause versuche zu verdrehen und zu irgendwas zu machen, was er nicht ist. Gottes Plan funktioniert und nur seiner. Also sind wir, bin ich hier total angewiesen auf die Unterstützung, die da ist. die Unterstützung, die da ist, um die Lektion zu lernen, dass ich keine Grundlage für Urteil habe. Dass ich keine Grundlage dazu habe, irgendetwas einordnen zu können. Es gibt keinen Traum der Besonderheit. Mag seine Form noch so versteckt oder gut getarnt sein, mag er auch noch so schön erscheinen, noch so behutsam die Hoffnung auf Frieden und das Entrinnen aus dem Schmerz anbieten, in dem du nicht deine Verurteilung erleidest. Also nicht die Frage, darf ich mir noch was wünschen? Die Frage ist, will ich mir gerade was wünschen? Oder erkenne ich den, gehe ich mit dieser Instruktion und sage, in meinem Wunsch liegt immer Verurteilung? So bin ich bereit für eine kleine Frage. Wäre ich nicht besser dran, wenn ich mich geirrt hätte? Wäre ich nicht besser dran, wenn es da was anderes gibt, Andreas, hör gut zu. Wenn es etwas gibt, was wirklich erfüllt, was nichts mit Wünschen zu tun hat. Okay, ja, das ist, dass die Natur des Wunsches spielt uns hier in die Karte, weil der Wunsch immer sagt, das passiert bestimmt später. Der Wunsch sagt, das wird bald gut. gut, ich muss nur noch mal nach Australien reisen, ich muss nur noch mal nach, was weiß ich wohin, nur noch mal das Erfolgserlebnis haben, nur noch mal das neue Auto, nur noch mal la la la. Und spielt in die Karte, dass es kommen wird. Denn das heißt ja, dann habe ich ja jetzt erstmal nichts weiter zu tun, außer mich auf das Experiment einzulassen, was ist denn mit jetzt, wenn ich den Wunsch loslasse. Ist da, wenn da was ist, ja, wenn der Christus nur jetzt eine Chance bekommen kann, dann möchte ich ihm die Chance geben. In Träumen werden Ursache und Wirkung ausgetauscht, denn hier glaubt der Macher seines Traumes, dass das, was er gemacht hat, ihm geschieht. Ich wurde nach Australien geführt. Ich wurde nach Hülhorst geführt. Der Macher seines Traumes glaubt, dass es ihm geschieht. Danke, heiliger Geist. Aber ich habe es gemacht. Ich bin der Träumer. Er merkt nicht, dass er hier einen Faden, dort einen Fetzen aufgehoben und aus nichts ein Bild gewoben hat. Denn die Teile gehören nicht zusammen und das Ganze trägt nichts zu den Teilen bei, um ihnen Bedeutung zu verleihen. Nichts, was ich sehe, bedeutet irgendetwas. Sind wie meine Gedanken, die bedeuten auch nichts. Und da kommt diese Idee rein, das könnte persönlich beleidigend sein, meine wertvollen Gedanken, meine wertvolle Welt, aber vielleicht ist da ja ein anderes Angebot. vielleicht ist da ja eine andere Idee, die sich nur durchsetzen kann oder die sich nur zeigen kann, wenn ich Abstand davon nehme, dem hier eine Bedeutung zu geben. Und deswegen liebe ich dich, weil ich dich jenseits meiner eigenen Bedeutungsgebung mir zeigen lassen kann. Wenn ich dich in meiner Bedeutungsgebung liebe, hasse ich dich auch und trenne dich von mir ab. Aber der Christus in mir ist ganz still. Da treffe ich dich. Alles andere ist Krieg getarnt als nett, den ich mit mir selber spiele. So, also vielleicht habe ich mich geirrt, vielleicht wäre ich besser dran, wenn ich mich geirrt hätte. Gott sei Dank habe ich mich geirrt. Wo sind wir denn? Die drei. Mein drei. Passen Sie mal auf. Der ehemalige Kasse. Danke, oder? Danke, dass wir alle hier sind, oder? Danke, dass ihr auch alle da seid. Da ist die Kamera. Oh, wow. Wow, wow, wow. Danke. Danke. Danke, dass wir nicht wissen, was Heilung ist. Ich war mal, ich habe mal einen Christen gehört und bei dem haben die Leute, wenn die, wenn in seinen Vorträgen, dann ist plötzlich jemand auf dem Stuhl gestanden und hat sich ganz schnell im Kreis gedreht, auf dem Stuhl oder hat irgendwie so ganz außergewöhnliche Dinge tun müssen und dann waren die augenblicklich geheilt. Geistig und zum Teil auch körperlich, auch von Angstzuständen. Und das ist so das, was immer wieder ja auch Jesus sagt, du weißt nicht, was dich heilt. Und die Leute haben dann hinterher immer gesagt, oh, das war mir so unangenehm, ich habe so lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, aufzustehen. Und der Himmel hat mir gesagt, mach das. Und wir waren bei Nürnberg, war es heute nicht auch? Wir waren bei Nürnberg, bei so einer Christenveranstaltung und die einzige Regel, die es bei dem ganzen Christenevent gab, war, nicht den Rasen betreten, wo die Fußballspieler spielen. Und bei diesem Christen im Event am Sonntagmorgen war plötzlich auf der ganz anderen Seite vom Stadion, und schrie eine Frau, ja, und rannte quer über diesen ganzen Christen. Das Einzige, was verboten war. Und krachte vor der Bühne im heiligen Augenblick zusammen. Und dann kam die Sanitäter und dann ist er hin und hat den Sanitätern gesagt, hey, das ist gut, die ist in Gott. Und ich habe den später nochmal gesehen, dann hat er gesagt, er hat hinterher mit der Frau, die lag da halt echt lange und die haben sie dann auch hinten hingetragen und die hatte eine ganz heftige Diagnose zum einen Angstzustand und irgendwelche Krebsgeschichten und das war alles geheilt. Und sie hat gesagt, sie hat so lange gebraucht, sie hat so gezweifelt, soll ich jetzt wirklich über diesen, bei dieser, das ganze Stadion irgendwie voller Menschen, soll ich wirklich das Einzige, was hier verboten ist, tun? Als Einzige und über diesen, und es ist so, hey, vertrau deiner inneren Führung. Du hast eine persönliche Führung, egal wie absurd du das findest, was dir da gesagt ist, selbst wenn du glaubst, nee, das kann ja nicht sein, dass der Heilige Geist sowas sagt, dass es irgendwas Unangenehmes oder Peinliches oder raus ist aus irgendwas Vertrautem. Hey, wir sind lebendige Kinder Gottes. Das steht ja jetzt bestimmt, oder? Ja, genau, der Christus in dir. Wo könnte dein Frieden entstehen, wenn nicht aus der Vergebung? Wo könnte dein Frieden entstehen, wenn nicht aus der Vergebung, wenn Vergebung die einzige Illusion ist, die Illusion erlöst sein lässt, in meinem Geist, in der Berichtigung, im heiligen Augenblick, dass ich mich niemals getrennt habe, dass all das, was mir scheinbar angetan wurde, was ich anderen angetan habe, dass das mich als Kind Gottes ehrlich nicht berührt, nicht berührt hat. Und da bin ich im Frieden, weil ich weiß, wow, Gott, du hast mich immer, immer sicher gehalten. Flash, oder? Der Christus in dir schaut nur auf die Wahrheit und sieht keine Verurteilung, die Vergebung bräuchte. Danke. Er ist in Frieden, weil er keine Sünde sieht. Identifiziere dich mit ihm und was hat er, das du nicht hast? Wow. Er ist deine Augen, deine Ohren, deine Hände und deine Füße. Und dass wir wirklich nur in der Idee, wir sind Mitschöpfer Gottes, wir haben für einen Augenblick gedacht, wow, ich habe mich trennen können. Und Gott hat augenblicklich die Antwort gegeben im Heiligen Geist, hey, nein, das kannst du nicht. Und das haben wir nicht geglaubt. Und wir haben gedacht, dieser Wille getrennt zu sein, ist mein Wille. Und das lassen wir jetzt berichtigt sein, dass das überhaupt nicht mein Wille ist. Es ist nicht mein Wille getrennt von euch zu sein. Mein Wille ist, in Christus zu schauen, frei zu sein von Vergangenheit. Es ist mir nur dann möglich, frei zu sein von Vergangenheit, frei zu sein im Heiligen Geist, hier die Gabe zu sein, die Gabe Gottes und allen anderen auch das zu sagen und allen anderen zu sagen, hey, du bist frei. Du bist frei, natürlich, vergeben wir uns. Das machen wir auch noch. Weil wir feiern ja noch alle Silvester. Wie sanft sind die Anblicke, die er sieht, die Klänge, die er hört. Wie schön ist seine Hand, die seines Bruders Hand hält. Und wie liebevoll geht er neben ihm und zeigt ihm, was zu sehen und zu hören ist und wo er nichts erblicken wird und wo kein Ton zu hören ist. und dass wir in diesem tiefen Frieden sind, dass wir wirklich uns erinnern, total ehrlich, ich finde das so berührend, ich finde das so berührend, dass es wirklich so ist, dass wir alle gleichermaßen geliebt und gehalten in Gott sind. dass es wirklich die Wahrheit ist, dass es die Wirklichkeit ist, an die wir uns erinnern. Und den Traum nicht mehr zu schützen, sondern wirklich zu sagen, ja, Christus, Herr, ich will mich mit dir identifizieren. Natürlich will ich mich mit dir identifizieren, weil darin liegt meine Freiheit, darin liegt meine Wirklichkeit als Mitschöpfer Gottes, MitschöpferInnen. Oh, echt, und in was für einer Liebe wir sind und in was für einem Witz und so dieses Ich hatte gerade so, als wir angefangen sind, so diese Bin ich mir zu schade, ehrlich meinen Vater zu bitten? Bin ich zu stolz, in jedem Augenblick um Hilfe zu bitten? Danke. Weil ich doch noch irgendwo in meinem Geist glaube, dass ich irgendwas alleine kann aus Andrea Hanheide heraus. Und augenblicklich bin ich, kann ich mich nicht mehr wahrnehmen als Kind Gottes, frei, liebend, weil als Kind Gottes, als Teil des Ganzen, da altern wir nicht, da sind wir liebend, da sind wir voller, voller Hingabe füreinander, ohne Manipulation oder ohne Abwehr oder, oder, oder. Das ist uns ja als Kind Gottes alles fremd in den Augenblicken und das mehr und mehr geschehen zu lassen und so sein zu lassen, wie wir sind in der Gegenwart Gottes. Und wir müssen ja, was wir auch immer wieder haben, wir müssen uns nicht verändern, sondern wir geben alles dem Heiligen Geist, den ganzen Plumperquatsch. Ich will nichts mehr versteckt halten, das wird ja alles geläutert, das wird ja alles augenblicklich genutzt. Alles, was ich für die Trennung gesetzt habe, wenn ich nichts mehr verstecke, mich nicht mehr dagegen wehre, ist es sofort für alle. Und dann werden wir an die wundervollsten Orte geführt und hier zu sein, was für ein Geschenk, oder? Ich habe vorhin, ich singe ja so gerne, ich habe vorhin Musikunterricht in der Küche von einem Opernsänger gehabt. Und das habe ich jetzt jeden Tag. Danke. Wenn wir hier sind. Und die Geschenke, wirklich alles Gute zu uns kommen lassen, was Gott für uns bestimmt und bestimmt hat. Und es ist ja der Christus in dir. Wenn ich mich mit dem identifiziere, wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich, dass mir alles gegeben ist. Dann ist die ganze Welt, was ich gerade noch dachte, ich muss mir irgendwas hier beweisen. Es ist alles bedeutungslos, augenblicklich. Das ist ja die gegenwärtige Freiheit Gottes. Das ist ja das, was wir hier feiern. Und wir ja hier auch miteinander, egal ob im Zoom zu Hause oder hier. Wir schwenken ja noch mal die Kamera. Ich glaube, ich habe meinen Abschnitt gelesen. Ja, jetzt geht es bei vier weiter. Okay. Der Christus ist still, ne? Hat es geheißen, oder? Der erste, der erste im ersten. Naja. Der Christus in mir ist still. Leider. Habe ich das am ersten Mal gelesen, aber man sagt, leider. Weil still immer für mich hat es ein Gefühl der Angst war. Und es ist wirklich alles genau umgekehrt und die ganze Wahrnehmung steht am Kopf. Ja, ich habe immer gedacht, ich muss viel machen. Weil wenn ich viel mache, werde ich geliebt. Und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen. Diesen Macher in uns, der immer noch machen will. Und der irgendwann auch müde wird von dem Machen. Weil die Liebe, die er scheinbar kriegt, nie genug ist. Als Mensch kriege ich einfach nie genug Liebe. Da kann mir jemand 15.000 Mal am Tag sagen, er liebt mich. Aber ich bin der Schönste der Welt, aber es wird nie genug sein. Und so habe ich es gefühlt. Und da habe ich irgendwann gedacht, er muss irgendwas mit mir falsch sein. Und das heißt aber immer, den anderen zu beschuldigen, du gibst mir noch zu wenig Liebe. Dazu sind ja unsere Beziehungen da. Mensch, wenn die mich doch noch mehr lieben würde, dann würde es mir ja besser gehen. Kennst du das? Diese Suche nach der Liebe. Diese Sucht nach Liebe. Sind wir nicht alle süchtig nach Liebe? Was haben wir nicht alles getan, um geliebt zu werden? Wie oft haben wir jemanden vielleicht was gekauft? Ob wir vielleicht das Geld gar nicht gehabt haben, um nur Liebe zu empfangen? Was gemacht, uns geopfert, um geliebt zu werden? Es ist unglaublich. Alles nur aus einem einzigen Gedanken heraus, ich bin nicht geliebt. Und jetzt muss ich was tun, um geliebt zu werden. Und so drehe ich mich im Kreis. Und alles, was ich nur empfinde, ist innere Leere und Schmerz. Und in dem Kreislauf, in dem Zyklus, in dieser Abhängigkeit als Süchtiger gibt es keine Lösung. Es gibt da keine Lösung. Solange ich nach Liebe suche, kann ich nicht von der Liebe gefunden werden. Wo mir das zum ersten Mal der spirituelle Lehrer gesagt hat, hat mich das am Kopf getroffen. Ich habe mir gedacht, morgen fahre ich nach Hause. Das war der letzte Tag im Seminar. Weil der hat mich nicht in meinen Ideen besteigt. Und deshalb ist es eigentlich ein Wunder, dass wir im Kurs sind. Ich finde das immer wieder auch ein Wunder. Ich sage, das ist ein Wunder, weil wir werden hier in keiner einzigen Idee besteigt. Alles, was uns Jesus einfach nur sagt, ist Freund, Freund, sagen wir auf Österreichisch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht bist du bereit, für einen Moment Nein zu gestehen, dass du keine Ahnung hast, nicht der blankesten Schimmer, was wirklich Liebe ist. Weil Liebe und Besonderheit lassen sich nicht vertragen. Vertragen sich nicht. Entweder ist Liebe da und alles ist geliebt oder ich bin besonders. Und Besonderheit ist eigentlich, was Todes. Deshalb sind wir heute im Meeting der Todessüchtigen. Ist hier jemand Todessüchtig? Kannst du sehen, dein Geist, dass du Todessüchtig bist? Liebesucht ist Todessucht. Suchen ist immer was Sucht ist. Herzlich willkommen zum Meeting der Todessüchtigen. Nein, ich bin doch nicht Todessüchtig. Natürlich. Schau dir das an, was du suchst und erleugnst du in dir. Du glaubst nicht, dass es Tod ist. Du glaubst nicht, dass der Christus wirklich in dir ist. Es tut verdammt weh zu suchen. Es ist verdammt anstrengend. Die guten Nachrichten sind, du wirst scheitern. Ich bin völlig gescheitert. Scheiße. Wirklich blöd, wenn man scheitert. Aber genau an dem Punkt des Scheiterns kommt was Neues. Genau an dem Punkt. Und genau an dem Punkt sind wir heute. Es stinkt schon ziemlich, die Scheiße. Es stinkt schon ziemlich. Und deshalb sind die meisten Erleuchtungen in einem stillen Ötchen passiert. Geht einer auf stille Ötchen und da will er loslassen. Deshalb haben wir für das Wochenende Bohnen eingekauft. Morgen wird es ein natürliches Feuerwerk. Das ist nicht zum Lachen. Noch. Noch. Daniel Düsentrieb. Okay. Was sagt uns? Es ist ein Kurs. Es ist schon aufgefallen, dass es ein Kurs über dich spricht. dass er nur über dich spricht. Nicht über den Nachbarn. Auch nicht über Karl Lauterbach. Oder wie heißt er? Rainer Lauterbach? Karl Lauterbach. Dieser Kurs spricht über dich. Jesus wendet sich nur an dich. Nicht an die Welt. Sondern nur an dich. Endlich still zu sein. Nein, ich muss noch meinen Senf dazugeben. Das ist nicht die menschliche Kondition. Ich muss überall meinen Senf dazugeben. Das ist was für mich Besonderheit immer war. Ich bin besonders. Ich habe das letzte Wort. Ich gebe noch meinen Senf dazu. Zu allem. Du hast das Senfdube heraus. Aus meinem Mund. Und dann kommt einer und sagt, der Christus in dir ist still. Keine große, das war keine große Freude in mir. Und doch wissen wir, dass es wahrer ist, als all das, was wir gedacht haben, dass die Lösung sei. Irgendwo wissen wir, dass dieser Kurs wahr ist. wahrer als das, was ich denke, scheinbar sehe, wahrnehme. Und wie ich die Welt sehe. Niemand sagt ja. Schon jemand eingeschlafen? Okay, dann schauen wir uns an, was sagt er jetzt. Kannst du dich vorstellen, dass jemand sieben Jahre diesen Kurs übersetzt hat? Sieben Jahre sich dem gewidmet hat? Mit seinem Widerstand, Widerständen auch konfrontiert wurde? Und ganz ehrlich, wir haben Widerstand, ne? gegen die Wahrheit. Sonst wären wir nicht hier. Ich bin im Widerstand. Soll ich jetzt diesen Absatz lesen oder nicht? Ich habe großen Widerstand. Hilf mir bitte. Spaß beiseite. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil. Ah ja, sie kommt gerade richtig. Die Frau aus Berkeley. Sie hat schon ihre geheimen Aufzeichnungen dabei. Okay. Doch wenn du zulässt, dass deine Besonderheit in den Weg verschweißt, so wirst du dorthin folgen. Was hast du gesagt? Verspeilst, hast du gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Weiß nicht, warum sie lachen. Was hast du denn gelesen? Ich habe schon richtig gelesen. Ich vergiebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Doch wenn du zulässt, dass deine Besonderheit in dem Weg weißt, habe ich gesagt. Wirklich? Willst du recht haben? Nein. Oder glücklich sein? Mein Kanal ist gerade nicht. Es scheint ein wichtiger Satz. Ja. Doch wenn du zulässt, dass seine Besonderheit ihm den Weg weißt, weißt, nicht verspeist, so, so wirst du dorthin folgen. und beide werden wandeln in Gefahr. Und beide werden wandeln in Gefahr. Jeder nur darauf, aus den anderen in dem dunklen Wald der Blinden. Jetzt wird's kurios. Jetzt wird's kurios. Ein dunkleren Wald der Blinden. des Unerleuchteten ist außer von wechselhaften, winzig kleinen Funken, die einen Augenblick lang aus den Leuchten... Ich sagte, das Licht ist furchtbar. Hast du eine Brille für mich? Bitte. Danke. Oh, jetzt ist's größer. Jetzt sehe ich hier nichts mehr. Leuchtkäfern. Der spricht von Leuchtkäfern. Der spricht von Leuchtkäfern. Der spricht wirklich von Leuchtkäfern. Der Sünde sprühen und dann erlöschen. Noch einmal zum Anfang. Ah, so stark die Brille. Bitte. Ich geb dir das. Danke. Ich geb's jetzt an Gessner weiter. Ich bin ein bisschen... Ich bin im Widerstand dagegen. Voll vorne. Voll vorne. Ich brauch immer Hilfe. Ich hab überhaupt nicht verstanden, was du gelesen hast. Das muss sehr wichtig sein. Doch wenn du zulässt, dass deine Besonderheit ihm den Weg weist, so wirst du dorthin folgen. Es geht hier um Christus, ne? Ja. Besonderheit. Wenn du deine Besonderheit zulässt, dass er den Weg weist. Ja. Dass deine Besonderheit ihm den Weg weist. Und beide werden wandeln in Gefahr. Jeder nur darauf aus, den anderen im dunklen Wald der Blinden... Leichtkäfer. Oh mein Gott. Was ist hier los? Ich kann das. Ich kann das. Und beide werden wandeln in Gefahr. Jeder nur da drauf aus, den anderen in dem dunklen Wald der Blinden, der unerleuchtet ist, außer von wechselhaften, minzig kleinen Funken, Funken, die einen Augenblick lang aus den Leuchtkäfern der Sünde sprühen und dann erlöschen zu einem namenlosen Abgrund hinzuführen und ihn dort hinabzustürzen. Das ist eigentlich nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das ist schrecklich. Kennt ihr das nicht? Kennt ihr das nicht? Denn woran kann Besonderheit sich freuen, außer am Töten? Wow. Ah ja, jetzt so. Jetzt kann man nichts wissen. Ja, das ist nicht lustig. Also Jürgen, stell dir vor, du bist verliebt. Ja, genau. Und sie stellt dein Glück dar. Weißt du, also die, die jetzt, die du da jetzt kennengelernt hast, die stellt dein Glück dar. Genau, hinterher, hinterher, hinter ihr und dem Leitfaden der Besonderheit folgend sozusagen. Und was bleibt von dir übrig, wenn sie nicht auf deine Nachrichten antwortet, wenn sie ein bisschen sich dir zuneigt, wenn sie sehr zugeneigt ist, vielleicht sogar mehr zugeneigt ist, als dir lieb ist auf einmal? Oder wenn es gut läuft, sagen wir mal, es ist beides, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ihr liebt euch gleichermaßen sehr, verbringt sehr viel Zeit in der Besonderheit miteinander. Ich glaube, jetzt haben wir es wieder, und der Ernst ist zurück. Aber wie läuft es weiter? Was kommt da hoch? Was wird schnell klar? Ist da wirklich was zu finden, oder ist das irgendwann, naja, hier und da ein Problem und irgendwie so richtig passt es dann doch nicht, weil es dann zu eng und die Freiheit ist weg. Und das ist das Spiel der Besonderheit. Also ich bin die, das sind die, erst waren die Leuchtkäfer da, die Leuchtkäfer der Sünde, sprühen und dann erlöschen, zu einem namenlosen Abgrund hinzuführen und den dort hinabzustürzen. Und wer ist noch nicht in den namenlosen Abgrund hineingestürzt? Ich war da oft. Und als ich das in so einer Situation übrigens mit anwesenden Personen damals, das war nicht lustig. Das war wirklich nicht lustig. Es war wirklich, ich dachte das, also besser kann man das nicht ausdrücken. Das ist ein namenloser, aber ich bin nicht mehr da und es ist nur noch nichts da. Es ist nur noch Verzweiflung da und Hilflosigkeit und Angriff und Wut und Elend. So, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wer will noch weiter? Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann warst du schon fertig. Ich wollte das auf die Spur bedingen. Also, ich glaube, es war vorher auch schon auf die Spur. Denn woran kann Besonderheit sich freuen außer am Töten? Wonach sucht sie außer nach des Todes Anblick? Wo führt sie hin als zur Zerstörung? Doch glaube nicht, dass sie zuerst auf deinen Bruder schaute und ihn gehasst hat, bevor sie dich gehasst hat. Die Sünde, die ihre Augen in ihm erblicken und so gern betrachten hat sie in dir gesehen und schaut mit Freuden immer noch auf sie. Ist es indessen eine Freude auf Verfall zu schauen und auf Verrücktheit und zu glauben, dieses zerfallende Ding, dessen Fleisch sich schon vom Knochen löst und das blinde Höhlen hat Höhlen statt Augen. Ach ja, sei wie du selbst. Ja. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich kann nicht so sagen, es ist halt sehr komisch. Ja, okay. Das ist wirklich geil. Wow, danke. Frohlocke. Frohlocke ist auch so ein schönes Wort. Frohlocke. 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 Frohlocke, dass du keine Augen hast, mit denen du sehen kannst, noch Ohren, um zu hören, und keine Hände, um zu halten, oder Füße, um zu führen. Sei froh, dass Christus allein dir die Seinen leihen kann, solange du sie brauchst. Wow. Und was für ein Geschenk, oder dass wir uns wirklich erinnern, dass wir nachfolgen, Jesus Christus, die Nachfolge von Jesus Christus, was er hier ja auch vorschlägt, ist ja wirklich ein Weg in ein gegenwärtiges Glück, in eine Angstfreiheit, weil wir wissen, dass uns nie etwas geschieht, dass diese Kommunikation ununterbrochen in Gott ist, dass sie nie geendet hat, noch jemals enden kann. dass egal, egal, was wir hier erfahren haben, egal, was wir hier getan haben, wir sind immer in dieser Kommunikation im Christus. Gottes Stimme spricht den ganzen Tag zu uns. Wow, oder? Sei froh, dass Christus allein dir die Seinen leihen kann, solange du sie brauchst. Auch sie sind Illusionen, genauso wie die Deinen. Doch weil sie einem anderen Zwecke dienen, ist ihnen die Stärke, die ihr Zweck birgt, gegeben. Die Welt ist nicht wirklich. Wir haben uns niemals getrennt. Wir sind ewig im reinen Geist. Das Ego ist eine Ebene von Zeitraum, von Traum, die wir niemals wahrmachen werden. Wir können nur träumen. Du kannst nur für dich träumen. Du kannst den Traum mit niemandem teilen. Wir können nur die Wahrheit, die Wirklichkeit miteinander teilen und auch der glückliche Traum. Darum ist es ja immer noch als Traum auch deklariert. Das ist noch nicht die Wahrheit. Und Jesus sagt ja, was ist alles, was die Wahrheit ist, was es heißt, dass das Drehbuch geschrieben ist und, und, und. Das wirst du erst verstehen, wenn du die Welt loslässt in dem Augenblick. Vorher nicht. Vorher hast du nur, machst du dir Vorstellungen davon, um, 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 um zu versuchen, Gott für dich in, in so ein fassbares Bild zu packen. Kennt ihr das? Wenn wir uns das so vorstellen, ach so ist das und so ist das. Und Jesus sagt, hey, lass mal wieder los. Lass los. Du bist in einem gegenwärtigen Unterricht, in einer gegenwärtigen Vertiefung. Und sobald ich versuche, mir irgendwas hier zu erklären und festzuhalten, kann es nur die Vergangenheit sein und damit urteilsfrei zu sein, weil Gott so ein großes, gegenwärtiges Glück für uns will. Dass wir jetzt frohlocken, frohlocke, dass das alles nicht wirklich ist. Doch weil sie einem anderen Zwecke dienen, die Illusion ist ihnen die Stärke, die ihr Zweck birgt, gegeben. Und wenn wir dem dem Ganzen den Zweck geben von Erwachen hier und von Freisetzung, totaler Freisetzung von uns allen, dann ist uns diese Stärke, gegeben, dann erfahren wir uns im Christus wieder, auch wenn es ein Traum ist, auch wenn das alles vorübergehend ist, weil wir gar nicht hier sind, sind wir dann in dieser Stärke, in diesem Vertrauen, dass Gott für uns sorgt, und wir erfahren das ja auch, oder? Dass wir alle immer glücklicher sind, weil wir uns nicht mehr gegen die gegenwärtige Liebe wehren, immer weniger. Ich finde das so schön. Ich finde diesen Weg so schön. Ich finde das so schön, den ganzen Tag vergeben zu können, mich berichtigen lassen zu können und immer wieder zu erfahren, okay, wow, ich bin das alles gar nicht. Wow, das hat nichts mit mir als Kind Gottes zu tun, nichts mit mir als Gegenwart. Nein, 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 und dem, was sie sehen, hören, halten, führen, wird Licht gegeben, damit du führen mögest, wie du geführt wurdest. Wow. Und dem, was sie sehen, hören, halten, führen, wird Licht gegeben, damit du führen mögest, wie du geführt wurdest. Und es ist ja auch gerade in der Einleitung zur letzten Lektion, du bist gerufen, Anführer zu sein, schon mal gelesen, gerade in der Einführung, und all den Brüdern, die sich nicht erinnern, dass sie im Licht Gottes sind, die Hand zu reichen. Und obwohl die Welt nicht wirklich ist und es nur den einen gibt, den einen Sohn Gottes, der wir alle sind, in unserem wirklichen Selbst, sind wir doch aufgerufen, hier die Hand zu reichen, weil durch unser Geben empfangen wir tiefer, wer wir wirklich sind. weil nur durch mein Lehren kann ich lernen, weil jeden Gedanken, den ich denke, teile ich mit allem, mit dem ganzen Universum, mit jedem von euch hier. Und entweder denke ich in Gedanken, mit dem ich für mich und für euch die Trennung wahr mache, oder ich denke in Gedanken im Heiligen Geist, mit Gott, in dem Gegenwart, Unschuld, Freiheit für uns alle einfach nur da ist und in dem sind wir alle miteinander befreit, in meiner Wahrnehmung. Flash, oder haben wir es gut, oder was für ein Schulungsprogramm, und jetzt kriegst du das wieder natürlich mit deinem Lieblingssatz. Der Christus ist still? Ja. Schon wieder? Der Christus in dir ist sehr still. Was war Geschenk, ne? Ich kann wirklich entscheiden, ob ich meinen Gedanken nachfolge oder ob ich immer in der tiefere Stille in meinem Geist einsinke, in diesen Christusgeist. Hätte mir das jemals jemand erzählt vor 850 Jahren, wo ich mit dem Kurs angefangen habe, da wäre ich völlig verzweifelt gewesen. Das ist echt unglaublich, ne? Ich finde das ein Riesenexperiment, eine Riesensache, eine des Einzige. Ich entscheide in jedem Augenblick, ob ich meinen Gedanken nachfolge und denen traue oder an die Christe, die Stille des Christus in mir erinnere. Wow. Klingt nicht so schlecht, oder? Ein bisschen traurig. Klingt wie Strachadella ist. Oder Haselnuss heiß. Du bist nicht so überzeugt. Zwei Teile dann schon. Okay. Ist das nicht unglaublich, dass ich wirklich eine Alternative in meinem Geist habe? Alles, was ich jemals in der Welt gelernt habe, war nur meine Gedanken zu vollen. Nur denen vollkommen zu vertrauen. Und meine Besonderheit zu stärken. Und jetzt kann ich wirklich ein Geistestraining, eine neue Aktion in meinem Geist vornehmen und still werden. Was wäre, wenn ich in jeder Situation einfach nur still bin? Nicht mehr in die Reaktion einsteige. Nicht mehr in die Interpretation aufsetze in meinem Geist. Sondern einfach nur still bin. Das sagt was zu mir. Und ich gehe in die Stille in meinem Geist. Da taucht ein scheinbares Problem auf. Und ich gehe in die Stille des Christusgeistes. Da fühle ich mich müde. Und jetzt trinke ich nicht fünf Red Bull, sondern ich gehe in die... Was gibt es da zu lachen? Wir sind hier nicht in der Schule. Wir gehen einfach in die Stille. Wow. Das ist wirklich ein Wunder. Dass ein Geist, ein hyperaktiver Geist wie mein Geist, wie dein Geist, das lernen kann, in die Stille zu gehen. Und ich muss dir den letzten Senf dazugeben. Das letzte Wort. Sondern das wahre Wort von Gott kommt. Unglaublich. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Was für ein Frohlock. ? Das war's für heute. Einfach ein stilles Erkennen zuzulassen. Nein, ich muss mir doch eine Meinung bilden, meinem Geist, über ihn oder sie. Wer sagt das? Ich muss doch wissen, was ich jetzt tue und von was ich spreche. Wer sagt das? Was wäre, wenn es nicht so ist? Was wäre, wenn Stille die Antwort ist? Auf all meine scheinbaren Probleme, auf den scheinbaren Konflikt und die Millionen von Erscheinungen. Der Christus in dir ist sehr still. Als wäre, wenn ich an der Welt vorbeigehe. In vollkommener Stille. Das muss doch langweilig sein. Was wäre, wenn es erquickend ist und nicht langweilig? Fühlst du dich erquickt? Christus? Zu wem sprichst du? Natürlich nur zu dir. Zu wem sonst? Der Christus in dir ist sehr still. Er weiß, wohin du gehst und er führt dich in Sanfmut und in Segen den ganzen Weg dorthin. Den ganzen Weg dorthin. Und dazu sagen wir? Amen. Du kannst auch sagen, ey woman. Gut, dass der Christus still ist. Das ist das Einzige, was der Christus macht. Das säuft nicht mehr. Das säuft gar nicht mehr. Das säuft ganz still. Gibt es noch eine Frage? Hat noch jemand im Publikum eine Frage bei Aleph? Sie wird natürlich nicht beantwortet. Weil Stille die Antwort ist. Danke. Sind wir schon am Ende? Wir machen noch einmal Musik. Ja, es passt perfekt. Ja, es passt perfekt. Danke. 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 Machst du noch Musik?